ich grüße dich so spät noch schön dass du eingeschalten hast ja es gibt am wochenende kein video mit diesem kanal und ja ich weiß man sagt immer wieder zu viele youtube kanäle ja mag vielleicht auch sein aber man muss halt immer etwas ausprobieren aber nichts ist trotz möchte ich ja mir nicht den kartoffelbüree verderben lassen ich sage mal wirklich danke für euer daseinsberechtigung euer support und das ganze ist einfach die besten man muss nicht miteinander streiten unbedingt aber ich finde der zusammenhalt der community ist wichtig ist einfach wichtig und viele von euch haben sich gefragt warum ich eigentlich youtube mache weil es sollte erstens spaß machen es sollte zweitens halt auch die dinge revue passieren lassen die man erlebt hat wie zb gestern da kann ich sagen ich war nicht unfreundlich das muss ich auch noch zugeben da ist dann ein mann neben mir gestanden mit napole bier und ich habe freundlich zu ihm gesagt weg bitte weil ich kriege von diesen alkohol kopfe und dann wir ausgestiegen ist wurde ich auch noch wörtlich beleidigt und so und leute klar muss man als mann nicht noch dünner sein und ja manche haben recht man sollte man sollte es einfach ignorieren aber wenn man schon freundlich sagt ich möchte nicht dass neben mir alkohol getrunken wird dann hat es die person zu respektieren anstatt hier ausfallen die wörter hier zu sagen und ja man sollte in dieser sache einfach ignorieren aber ihr stellt es euch immer so leicht vor aber ich sage nur das was ich was ich erlebt habe mehr auch nicht ich wünsche euch allen die hier sind ein schönes wochenende ostermontag gibt sowieso kein video von mir also da braucht ihr euch nicht wundern wenn keins drin ist aber dienstag lässt sich dann einmal wieder blicken hier bis februar habe ich schon mal vorgearbeitet sogar bis fast ende märz aber alles mit seiner ruhe bitte in diesem sinne schönes wochenende daumen nach hoch tschüss alles gut